Ich glaube, dass die Bedeutung von E-Learning extrem wichtig ist für das Saarland, insbesondere deswegen, weil es so viele hochkarätige Forschungseinrichtungen hier gibt. Und vor allem vor dem Hintergrund, dass eigentlich die weltbesten Unis in Nordamerika und auch viele Elite-Universitäten in Deutschland auf den einschlägigen Plattformen, um mal eine zu nennen, iTunes U, einfach noch nicht so vertreten sind, wie ich mir das wünschen würde. Weil genau dort kann man die Studierenden abholen. Da sind die ohnehin jeden Tag unterwegs. Vielen Dank.